Hallo, ich begrüße dich bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit den Konsonanten. So werden alle Buchstaben des Alphabets als Konsonanten bezeichnet, ausgenommen sind nur die Vokale. Konsonanten werden auch als Mitlaute bezeichnet. Konsonanten entstehen durch eine bestimmte Verengung des Mundes mit Lippen, Zunge und Zähnen. Ohne Vokal kann man viele Konsonanten gar nicht sprechen. Jede Buchstabenschrift funktioniert so, dass ein Buchstabenzeichen für je einen Laut steht. So ist die Schreibung der deutschen Konsonanten einfach, weil den meisten Lauten genau ein Buchstabe entspricht. Die folgenden Ausnahmen sind zu berücksichtigen. Mehrere Buchstaben stehen für einen Laut. Dazu gehören erstens SCH, zweitens CH und drittens NG. Bei der zweiten Ausnahme steht ein Buchstabe für mehrere Laute. Erstens der Buchstabe X. Er entspricht zwei Lauten, und zwar dem K und dem S. Zweitens der Buchstabe Z. Er entspricht den Lauten T und S. Wir wollen uns nun anhand von Beispielen anschauen, wie man die Konsonanten entsprechend ihrer Lautung schreibt. Beispiele für den Konsonanten B sind der Ober, der Säbel, der Berg und Backen. Beispiele für den Konsonanten C sind Kognak, Laun, Computer, Cafeteria. Beispiele für den Laut CH sind die Tücher, Ich, Ach und das Buch. Beispiele für den Konsonanten D sind Wedeln, die Parade, Reih und Danken. Für den Konsonant F die Fesseln, Laufen, Diffusion und Fast. Beispiele für den Konsonanten G sind der Graben, Fragen, Elegant und Gehen. Beispiele für den Konsonanten H sind Hinterher wehen der Ahorn das Haus. Beispiele für den Konsonanten J sind das Objekt, Jucken, Ja und das Kajak. Beispiele für den Konsonanten K sind der Guli, die Kanne, Blinken und der Muskel. Beispiele für den Konsonanten L sind das Lamm, Wählen, Alarvern und Lügen. Beispiele für den Konsonanten M sind die Ampel, Maximal, der Mond und Mit. Beispiele für den Konsonanten N sind Normal, die Not, die Leine und Noch. Beispiele für die Buchstabenkombination NG, die Menge, Singen, das Bingo, der Klang. Beispiele für den Konsonanten P sind die Raupe, Hetzeln, die Puste und Probieren. Beispiele für den Konsonanten R sind die Ware, die Zitrone, Reiten und die Raupe. Beispiele für den Konsonanten S sind der Skrupel, Einseifen, Rasen und Fastik. Beispiele für den Laut SCH sind Waschen, die Schale, die Asche und Schön. Beispiele für den Konsonanten T sind Buhn, Hart, Total und das Tor. Beispiele für den Konsonanten V sind Nerven, Viel, Vorstellen, Vielleicht. Beispiele für den Konsonanten W sind die Möwe, Ewig, Wiegen und Wehr. Beispiele für den Laut GU sind die Qualität, Liquid, Wellen und Quer. Beispiele für den Konsonanten X, der für mehrere Laute steht, sind Boxen, das Xylophon, Toxisch und Zauber. Beispiele für den Konsonanten Z sind der ebenfalls für mehrere Laute steht, speziell Franzig, der Zaun, die Ziege. Ebenfalls muss zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten unterschieden werden. So schwingen bei stimmhaften Konsonanten die Stimmbänder. Beispiele sind Dose, Gase, Wischen, Raben und Biegen. Bei stimmlosen Konsonanten hingegen bleiben die Stimmbänder unbenutzt. Beispiele sind Tag, Mut, Flut, Masse, Post und Kehl. Unabhängig davon, wo sich stimmlose Konsonanten im Wort befinden, werden sie hart ausgesprochen. Bei stimmhaften Konsonanten kommt es darauf an, wo im Wort sie sich befinden. So werden am Ende eines Wortes alle Konsonanten stimmlos ausgesprochen, egal wie sie geschrieben werden. Dieses Gesetz nennt man Auslautverhärtung. Um festzustellen, wie das Wort geschrieben wird, benutzt man die Verlängerungsprobe und schaut, ob es erweiterte Wortformen oder verwandte Wörter gibt. Das Wichtigste ist einmal kurz zusammengefasst. Als Konsonanten werden alle Buchstaben des Alphabets bezeichnet, ausgenommen die Vokale. Unterschieden werden stimmhafte und stimmlose Konsonanten. Da die Konsonanten ohne Vokale fast nicht aussprechbar sind, nennt man sie Mitlaute. Wenn du zu diesem Thema Fragen hast, dann schreib uns. Und wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen wie zum Beispiel den Vokalen, dann schau doch in unsere Deutsch-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du übersichtlich geordnet abrufen unter dem folgenden Link. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up!